Weißt du, wie das alles hier anfing? Drogendealer testeten ihre schusssicheren Westen. Sie haben den Arbeitsschlafen jeweils 100 Mäuse gegeben, damit sie aufeinander schossen. Zwei standen sich bewaffnet gegenüber. Das fiel an ihnen zu gefallen. Sie machten aus der Angst und der Brutalität einen wahren Sport. Und wieder in den Kast zurück! Drei, zwei, eins, Nord gewinnt! Wer ist sie? Die Managerin von Soranger. Ich bin nicht ihretwegen hier. Sie haben mich gesehen. Ich wurde nie getroffen. Sie sind nicht bereit für Soranger. Jetzt wehren wir uns ein paar Fights an. Verrätst du mir, was das sollte? Wolltest du, dass er dich trifft? Ich wollte wissen, wie es sich anfühlt. Und? Wie fühlt es sich an? Das nennt man Blunt Force Trauma, richtig? Gebrochene Knochen, Nieren und Herzversagen. Ich hörte davon. Hast du schon mal einen Fight von Soranger gesehen? Er ist schnell. Ein totaler Fried. Es bohrt sich in deinen Kopf. Willst du dir das wirklich antun? Ich würde mir Tag und Nacht ein Gelaber antun. Hauptsache ich treffe Soranger. Was denkst du? Du bist der Best. Diesmal fühlt es sich anders an. Ich muss Schusswunden der Polizei melden. John, sind wir Cop-Killer? Glauben Sie, das ist ein Kinderspiel? Überraschung! Ich kann das nicht tun. Ich bin verheiratet. Und zwar glücklich. Das kannst du. Das ist unser kleines Geheimnis. Entspann dich und genieß es. Das ist unser kleines Geheimnis.